Heute, als wir sprechen, standen wir auf dem Heiligen Boden. Hier ist ein Ort, wo wir spielen. Hier ist unser Fahrzeug und unser Fahrzeug ist in der Fahrzeug. Jetzt können Sie einige Fragen stellen. Wer sind Sie und wo sind wir heute? Ich bin Steff und wir sind in Deutschland. Wo sind wir? Groß Ostheim. Wir sind in Groß Ostheim. Was sind Ihre Werte für heute? Meine Werte sind sehr große. Ich glaube, es wird ein tolles Konzert sein. Du solltest da sein. Ja, wir werden da sein. Keine Frage. Wie magst du die Szene? Ich weiß nicht. Ich muss es sehen. Nach dem Konzert kann ich diese Frage stellen. Es ist ziemlich groß, nicht wahr? Wir spielen auf kleineren Stagen. Aber es ist okay. Es ist großartig, Mann. Du musst es sehen. Es ist wirklich großartig. Es ist 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 großartig. Wir haben einen Kameram, Follow the Supertones, der auch für Jarz & Clay macht. Er war auch für Jarz & Clay. Er war immer ein Dokumentary auf Jarz & Clay. Aber jederzeit, er würde sie sagen und er kamen, sie würden einfach nur so sein. Wie war es? Wie war es mit uns? Wir waren alle mit dem Kameram, wie, ah, record me, ich werde das was. So, wir waren alle... Wie war es heute? Wie war es heute? Wie war es heute? Wie war es heute? Nein, ich slept decently last night. Ich hoffe, dass ich meine Frau nennen kann. Otherwise, das tut mir leid, zu nicht zu sprechen. Meine Frau liebe Skype. Es ist großartig. Sie sagt mir alles, was sie macht. Es ist lustig. Und meine Frau hat mich versucht, auf die Computer-screen. Das ist cool. Das ist cool. Das ist ein Zettel. Das ist ein Zettel. Das ist ein Zettel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020